Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder, wir freuen uns sehr, Sie heute bei Cavalona, Land der tausend Träume, begrüßen zu dürfen. Wir möchten Sie nun bitten, Platz zu nehmen und Ihre Mobiltelefone auszustellen oder in den Flugmodus zu bringen. Da wir Sie heute in eine mystische, fernöstliche Welt entführen werden, freuen wir uns, wenn Sie nach Herzenslust Erinnerungsfotos und Videos aufnehmen, die Sie dann auch gerne auf YouTube, Facebook, Instagram, TikTok oder anderen vielbesuchten Seiten online stellen dürfen. Bitte benutzen Sie dabei jedoch kein Blitzlicht, da dies unsere Pferde erschrecken könnte. Wir wollen ja nicht, dass Sie aus der Rheinbahn springen und raus aus der Halle Richtung Asien fliehen. Was unsere vierbeinigen Freunde jedoch gern haben, ist gute Stimmung und tausender Applaus. Probieren Sie es doch direkt einmal aus. Vielen Dank und nun tauchen Sie ein in unser fantastisches Abenteuer und freuen Sie sich auf das Land der tausend Träume. Vor langer Zeit lebte der Kaiser Ventun mit seiner wunderschönen Frau Maussan in einem prunkvollen Palast im tiefsten Asien. Der Kaiser war eher ein ängstlicher Mann, denn einst wurde ihm in einer geheimen Weissagung prophezeit, dass ein Kind mit besonderen Talenten seine Herrschaft gefährden könnte. Nach alter Tradition wurden Kinder mit besonderen Fähigkeiten eigentlich von den sogenannten Hohen Lehrmeistern gefördert. Doch durch das Kaisersberater Mer, der Kinder nicht ausstehen konnte und dem Herrscher sehr ergeben war, wurden die Hohen Lehrmeister zu Verfolgern talentierter Kinder und verbanden sie als Geächtete aus der Gesellschaft. Vor allem diejenigen, die mit blauen Augen geboren wurden, waren gefährdet, denn sie sollten laut der Weissagung hellseherische Fähigkeiten haben, was dem Kaiser noch mehr Angst machte. Die Kaiserin, die Kinder liebte, war unglücklich über die Sorgen ihres Mannes. Doch als das Schicksal dem Paar ein Kind schenkte, schien auch der Kaiser sich über allermassen zu freuen. Und so wurde in einer Vollmondnacht die Prinzessin geboren, die Yuan heißen sollte. Die Kaiserin, die Kinder liebte, war unglücklich über die Schicksal des Kaisers, die Kinder liebte, war unglücklich über die Schicksal des Kaisers, die Kinder liebte, in einer тому, als M adolescent, als Mö 노 digitale, die darmänner considerable zufriedenlich sein everywhere. Die Kinder liebte, die Kinder liebte, die Kinder liebte, vom Die Kinder liebte, ин die Kinder wodurchsende die Kinder liebte, so die Applaus 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 Doch ihr nie verraten, dass sie eine sei. Ihr Leibwächter, Yuan, würde sie beschützen. Yuan war von Ruadam und Ruan wie ihre eigene Tochter nach den Regeln des Kaiserhauses aufgezogen worden. Sie hatte nie erfahren, dass sie eigentlich die Prinzessin des Landes war, wie jedes Jahr vor ihrem Geburtstag übte die junge Frau auch zu ihrem 17. Ehrentag das, was ihre Lehrerinnen herbeigebracht hatten, um es auf dem bevorstehenden Fest aufzuführen. Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Als eine gut erzogene junge Frau. Immer wieder, wenn ihre Stiefmutter auf Reisen ging, schlich sie sich heimlich aus dem Haus zu den sogenannten Kriegerinnen der unerschütterlichen Gerechtigkeit. Diese übten sich unbemerkt von Kaiser, der Frauen das Recht auf Selbstverteidigung abgesprochen hatte, in der alten Kampfkunst Wing Chun. Untertitelung. BR 2018 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 Applaus 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 Mouadam verrät Yuen nie, wohin sie reiste, wenn sie heimlich die Kaiserin aufsuchte, um ihr von der Entwicklung ihrer Tochter zu berichten. Doch dieses Mal sollte der Besuch gefährliche Konsequenzen für Yuen haben. Denn sie bemerkten nicht, dass sie belauscht wurden. Mer, der Kaiserberater, hatte ihnen heimlich zugehört und erfuhr, dass Yuen lebte. Er gab sofort den hohen Lehrmeister, den befehlen, sich für Yuen's Verhaftung bereitzumachen. Er selbst tritt los, nach ihr zu suchen. Er selbst tritt los. 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 Schau freut. Er selbst tritt los. 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 Er selbst tritt. Er selbst tritt los. Er selbst tritt. Er selbst tritt los. 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 Er selbst tritt. Er selbst tritt los. 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 Er Erwartungen. Er selbst tritt los. Er hat seine Frau früh. Er selbst tritt los. 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 um Yuen, um Yuen, um Yuen, 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 zu Juan, zu Juan, zu Juan, zu Juan. Er hat sich tritt los. Er selbst 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 tritt los. Erasmus. Erasmus. Er selbst tritt los. Er selbst tritt los. Er selbst tritt los. Erasmus. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Merl war zu seiner Überraschung von den Kindern gerettet worden, die er zuvor verfolgt hatte. Er war berührt und all sein durch Trauer genährter Hass auf die besonderen Kinder und sein Schmerz darüber, dass er sich nie von ihnen hatte inspirieren lassen, schmolzen dahin. Als er sich beim Schaulin bedanken wollte, hörten sie plötzlich die Trommeln der kaiserlichen Kaltblüter. Und tatsächlich erschien der Kaiser mit seiner Gemahlin. Untertitelung. BR 2018 Der Kaiser sprach. Geehrte Menschen aller Völker. Unser Kaiser, unser Kaiserreich ist groß, mächtig und hat alles, was das Volk braucht. Doch haben wir uns geirrt. Wir haben uns von Angst leiten lassen, sind zu strengen Regeln gefolgt und haben diese als Tradition über alles gestellt. Dabei haben wir die vergessen, die am wichtigsten für eine Gesellschaft sind. Unsere Kinder. Mögen alle Kinder uns verzeihen. Sie sollen frei ihre Talente leben und ihre Ideen verwirklichen können. Ungeachtet unserer Ängste und auch wenn wir sie nicht verstehen. Von nun an gilt die ganze Welt als das Land der tausend Träume. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Sie waren ein Wunder, Vielen Dank.